Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA zu einem Kämpferporträt. In diesem neuen Format möchten wir euch die Kämpfer vorstellen. Wir fangen heute mit Joel Batobo an. Joel wird am 2. Oktober bei Wheel of MMA in Nürnberg kämpfen, also kommt auf jeden Fall vorbei. Schaut euch diesen Kracherfight an, denn das wird definitiv ein Highlight. Aber zuerst stellen wir euch Joel Batobo vor. Er ist 31 Jahre jung, kommt aus dem Team Munich MMA aus München, einem wirklich renommierten Gym mit vielen hochkarätigen Kämpfern und will nun in seinem zweiten Fight bei Wheel of MMA gleichzeitig auch seinen zweiten Sieg einfahren. Also ihr habt richtig gehört, seinen ersten Kampf, das war sein Debüt bei Wheel of MMA, hat er durch TKO gewinnen können und nun will er in der 66 Kilogramm Gewichtsklasse seinen zweiten Sieg einfahren. Er ist 1,76 groß, wiegt 72 Kilogramm und hat den Weg zum Kampfsport durch Selbstverteidigung gefunden. Joel Batobo hatte gesagt, durch einen Selbstverteidigungskurs, bei dem er teilgenommen hat, hat er zu diesem Sport gefunden. Angst vor seinen Kämpfen hat er nicht, er hat dennoch Respekt vor der Situation und vor seinem ersten Amateurkampf hatte er ein mulmiges Gefühl, aber seit diesem ersten Amateurkampf konnte er dieses Gefühl ausblenden. Sein Training hat es auf jeden Fall in sich, 5-6 Mal die Woche geht Joel ins Gym und trainiert dort seine Skills. Seine Stärken aber liegen überall. Er selbst beschreibt sich als guten Allrounder und will sich deshalb nicht festlegen, ob er jetzt Grappling, Stand-Up oder Jiu-Jitsu oder sonst was bevorzugt, sondern er ist ein Allrounder. Natürlich bringt auch er eine Botschaft mit für alle, die darüber nachdenken, in den Käfig zu steigen. Er selber sagt, das Wichtigste ist ein hundertprozentiger Fokus, eine hohe Lärmbereitschaft und ein ausgeprägtes Selbstvertrauen. Und das ist auch eine gute Botschaft, denn klar, Selbstvertrauen braucht man immer, Lärmbereitschaft sowieso und der Fokus muss da sein. Es gibt im Sport ja den Begriff, in der Zone zu sein, to be in the zone und das ist, so wie er beschreibt, ganz, ganz wichtig. Ein Ziel hat er klar definiert, er will einer der Top-Kämpfer an der Spitze sein und dabei muss er erstmal diesen zweiten Fight bestreiten. Er geht davon aus, dass er gewinnt, weil er der bessere Kämpfer ist und das ist doch mal eine Ansage an seinen Gegner. Dementsprechend dürfen wir gespannt sein. Seinen Fight seht ihr, wie bereits erwähnt, am 2. Oktober bei Wheel of MMA in Nürnberg. Kommt vorbei, kauft euch die Tickets. Bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Porträt. Ciao. Ciao.